An diesem Wochenende findet in Karlsruhe die Hochzeitsmesse statt. Wir waren dabei und haben uns informiert mit Marius Biebsch und Thomas Wedel. Bei mir stehen jetzt Kim, Lara und Denise. Sie haben die Hochzeitsmesse besucht, wollen aber noch nicht heiraten. Was hat euch denn am besten gefallen? Also uns hat die Mondenschau sehr gut gefallen und die ganzen verschiedenen Angebote für Haare und Schönheit. Bei mir steht jetzt Sören Anders. Was macht die Hochzeit bei dir aus? Bei uns hat man natürlich einen traumhaften Blick über die Region, über Karlsruhe. Bei uns können sie eine freie Trauung bei uns im Burkhof machen oder direkt unten an der Turmbergterrasse im Standesamt von Durlach heiraten. Bei mir stehen jetzt Daniela und Jonas aufs Außsaal. Sie werden im September diesen Jahres heiraten. Was gefällt euch an der Messe besonders? Mir gefällt an der Messe besonders gut, dass es hier eine große Vielfalt an Ausstellern gibt. Dass man wirklich für seine Hochzeit von A bis Z eigentlich alles bekommen kann. Mir gefällt besonders gut, dass wir hier sehr heftig aufgenommen wurden, aber dass die Aussteller nicht zu offensiv sind, sondern eher defensiv. So dass man selber entscheiden kann, was für Themen noch angesprochen werden sollen. Deswegen, genau, das ist das, was mir besonders gut gefällt. Ja, was früher eine große Familienfeier war, ist heute ein Riesenevent. Das sieht man, wenn man hier auf die Hochzeitsmesse geht. Viele Aussteller, bei denen man sich fragt, was machen diese Aussteller auf einer Hochzeitsmesse, beispielsweise die AOK oder der Rechtsanwalt, möchten sich hier vielleicht die Paare gleich widerscheiden lassen. Wir freuen uns. Ja, sogar eine Anwaltskanzlei gibt es hier auf der Hochzeitsmesse. Bei mir steht Julia von der Kanzlei Göringer aus Karlsruhe-Durlaff. Warum Anwälte auf der Hochzeitsmesse? Wir möchten heute vertreten die Familienerbrechte und sind natürlich auch zuständig für Eheverträge. Und das möchten wir heute bewerben. Die AOK Krankenkasse hier auf der Hochzeitsmesse, warum sind sie hier? Ja, die AOK als Familienkasse begleitet das junge Glück natürlich von Anfang an. Jetzt sind wir hier mit vielen jungen, glücklichen Menschen zusammen, die sich gefunden haben. Und genauso ist es mit der Krankenkasse auch. Sie finden vielleicht die AOK als neue Familienkasse bei der Familiengründung. Und wir sind von Anfang an mit dabei. Das ist der Punkt, warum die AOK hier ist. Unglaublich, was es hier alles gibt. Von Autohäusern bis zur Konditorei. Sogar eine Kinderbetreuung gibt es hier. Biebsch. Wo ist eigentlich jetzt? Wo ist Biebsch? Hier geht's hier für jedes Feuer, die Stimmen gehen in die Hälfte sein. So, bei mir steht jetzt Frau Krämer auf von Jolly Fashion & Braut. Was erwartet die Braut, wenn sie bei euch einkauft? Ja, die Frau erwartet, dass sie ein Traum kalt findet. Ja, und wir verabschieden uns heute von der Hochzeitsmesse in Karlsruhe mit Johanna aus Offenburg, Wedding Voice mit dem Lied von Silbermond, Ja. Ich bin verloren in deiner Mitte. Und du machst mich zum Kämpfer ohne Wiesin. Alles gedreht, die Sinne wie du lebe. Ich bin so heillos, betrunken von dir. Du wärmst mich auf mit deinem Wesen und lässt nicht einen Zentimeter unverschoben. Du blutest alle meine Decks mit Hoffnung auf ein echtes Leben vor dem Tod. Ja, ich ach's für dich. Ja, ich brenn für dich. Ja, ich leb für dich. Jeden Tag und ja, du spiegelst mich und ja, ich sch medier auf dich und jede meiner Fahnsa sagt, ja. Untertitelung des ZDF, 2020